Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Ich hoffe, wie immer, dass es euch wunderbar gut geht und dass ihr eine wunderschöne, naja, zwei Wochen diesmal hattet. Denn ich weiß, ich weiß, letzte Woche fiel der Alpcast aus. Heute wird dieser mit genau dem Thema von letzter Woche eigentlich nochmal nachgeholt. Denn letzte Woche Sonntag, als es eigentlich soweit hätte sein sollen, da habe ich mich gesundheitlich nicht so gut gefühlt. Ich war heiser und da ist natürlich ein Podcast aufnehmen. Ja, schwierig. Und diese Schwierigkeiten, die habe ich jetzt überwinden können und deswegen sitzen wir jetzt heute hier und sprechen über Wolle und über Alpakas. Und über genau dieses Thema, was ich euch vor zwei Wochen versprochen habe. Denn die Alpakas, die sind es ja, die jetzt sozusagen in Zukunft auch immer wieder interessant sein werden. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für euch und vor allen Dingen für die breite Masse. Und genau darüber sollten wir heute sprechen. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich habe vor zwei Wochen ja ein Video gepostet oder über vorletzte Woche, sagen wir mal so, habe ich ein Video gepostet zum Thema Alpakas und Alpakawolle. Und jetzt fragt ihr euch sicher, what the fuck? Wie kann das eigentlich mit Bergsport zusammenpassen? Und man muss jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, damit man versteht, wie das mit Bergsport zusammenpassen könnte. Ich möchte heute ein bisschen über die Vorzüge von Alpakas sprechen, wenn es um den Bergsport geht. Ich glaube, da steckt ein bisschen Potenzial dahinter, dass wir uns vielleicht nicht ganz so angesehen haben. Also jetzt einerseits auf der Seite der Industrie und auf der anderen Seite auf der Seite der Konsumenten. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder ein bisschen um Alternativen umschauen und genau auch darum soll es heute gehen. Fangen wir vielleicht gleich beim letzten Punkt an. Was ist denn gerade das konkrete Problem in der Bergsportindustrie oder generell, wenn wir jetzt uns, machen wir es ganz, ganz bodenständig, jetzt einfach in ein Sportfachgeschäft unserer Wahl gehen, welche Firma auch immer das sein mag, und dort jetzt sozusagen uns umsehen nach neuen Produkten, weil wir vielleicht uns das erste Mal einkleiden möchten, vielleicht auch erneut einkleiden möchten. Man braucht natürlich vieles. Man braucht Hose, man braucht Jacke, T-Shirts und so weiter. Man braucht eine Mütze, man braucht da vielleicht auch irgendwie so Bandanas oder sonst was, Handschuhe, Söckchen, ein Stirnband und so weiter. Da gibt es ja viel, was man eigentlich so brauchen könnte, wenn man vielleicht auch einfach im Hochgebirge unterwegs sein möchte oder so ähnlich. Und da gibt es eigentlich nur ein paar wenige Möglichkeiten, sich tatsächlich einzukleiden. Das ist auf der einen Seite mit auf Öl basierten Produkten, nämlich beispielsweise Polyester, wo auch Erdöl oder Rohöl für die Produktion verwendet werden muss. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Naturfasern, wie Schafwolle, zum Beispiel eben die ganz, ganz beliebte und berühmte Merino-Wolle. Auf der anderen Seite gibt es dann hin und wieder vielleicht auch Alternativprodukte, die aber sehr, sehr selten sind und auch sehr teuer. Das wäre zum Beispiel Bambusprodukte, die sind natürlich manchmal eine Alternative, aber bei vielen Fachgeschäften gibt es diese Alternative nicht. Und auch online ist es dann immer etwas schwieriger, an solche Produkte zu kommen. Deshalb muss man sich natürlich jetzt fragen, ist das nicht irgendwie ein bisschen ein Oligopol der Materialien? Ich rede jetzt hier gar nicht von einzelnen Firmen, sondern ich rede jetzt hier von der Frage, wie viele Materialien haben wir eigentlich unterm Strich zur Auswahl, wenn es um unsere Bekleidung geht? Und da bin ich eben der Meinung, das sind dann doch ein wenig zu wenige. Okay, und genau deshalb habe ich mich dann mit den Alpakas beschäftigt. Die Alpakas sind eine wahnsinnig interessante Spezies, denn sie sind eigentlich sehr ähnlich vom Verhalten und vom alltäglichen Leben, aber auch von der Nutzung ihrer Produkte, die sie anbieten, also von Milch und Wolle und Co., da sind sie den Schafen doch sehr ähnlich. Und gleichzeitig verwenden wir aber ihre Angebote, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, gar nicht. Und das hat mich dann doch etwas gewundert, weil ich mir im ersten Moment dachte, wenn sich Alpakas und Schafe doch so ähnlich sind, warum setzen wir dann in der westlichen Welt zumindest so penetrant auf Schafe? Letztlich setzen wir jetzt auch vor allen Dingen in der Bergsportindustrie, wenn wir uns jetzt auf die mal konzentrieren wollen, vor allen Dingen auf Merino-Schafe. Die wiederum kommen ja nicht ansatzweise aus Europa. Merino wird heutzutage vor allen Dingen, auch wenn ihr Ursprung eher in Nordafrika ist, werden ja vor allen Dingen heute in Australien und auf Neuseeland und Tasmanien gehalten und das auf riesigen Farmen, also wirklich gigantischen Farmen, die halt einfach so groß sind wie halbe Bundesländer hier. Und das alles ist natürlich dann etwas absurd, weil, naja, das Argument, dass wir dann Alpakas nicht verwenden, weil die vielleicht auch von ganz woanders herkommen, das zählt ja dann nicht so wirklich. Also habe ich mich damit beschäftigt, warum verwenden wir eigentlich Schafwolle und nicht Alpakawolle? Und da habe ich dann den Ursprung dieser Frage oder die Antwort eigentlich in einer Tradition gefunden. Das ist ganz interessant. In Südamerika beispielsweise ist das Verarbeiten von Schafwolle nicht wirklich üblich. Viel üblicher ist das Verarbeiten von Alpakawolle, denn die Alpakas, gerade in Peru, leben dort ganz natürlich und einfach so herum und sind auch relativ zahlreich und denen geht es dort sehr, sehr gut. Das sind perfekte Lebensumstände für die Alpakas, weshalb sie sich auch natürlich dort angesiedelt haben. Die Schafe hingegen werden dort auch gehalten, aber teilweise natürlich für die Produkte, die sie abliefern können, aber hauptsächlich eigentlich, weil sie auch einfach so eine Randerscheinung der Region sind. Und also wo Alpakas leben können, eben aufgrund der gleichen Anforderungen oder der gleichen Lebensanforderungen, wo Alpakas leben können, da können eben auch Schafe leben. Und diese beiden Tiere, die sind eben bei uns so nicht zu finden. Die Alpakas sind gar nicht bei uns zu finden, die Schafe hingegen schon. Schafe haben eigentlich einen großen Vorteil für uns in der westlichen Welt. Wir können, ohne dass wir in die Natur, also in den Rohstoff Erde sozusagen eingreifen müssen, eigene Produkte daraus gewinnen aus den Schafen. Also wir können die Schafe scheren, haben wir die Schafwolle, wir können Schafe theoretisch auch essen. In manchen Kulturen wird das ja auch gemacht, beziehungsweise auch selten bei uns. Und dann kann man natürlich auch noch die Schafmilch verwenden für Leute, die zum Beispiel Kuhmilch nicht gut vertragen und so weiter. Also wir haben ein breites Nutzungsspektrum für das Tier Schaf. Jedenfalls hat sich das dann letztlich so etabliert, dass da bei uns eben früher vor 100 Jahren einfach Schafe da waren, die waren eben schon da, konnten wir natürlich die Schafe auch eher für uns Menschen nutzen. Es wurden eben Nutztiere. Und da keine Alpakas da waren, blieb eben letztlich nur das Schaf. Und dann muss man sich natürlich fragen, ja, aber wieso hat sich das dann in der Bergspotindustrie oder generell in der Textilindustrie dann so stark weiterentwickelt. Das hat natürlich auch einen gewissen Grad an Tradition, der mit dem Faktor Schaf daherkommt. Denn wenn man schon mal ein Produkt nutzte oder ein Schaf, ein Wollprodukt beispielsweise nutzte, die Vorzüge des Schafs nutzte, dann ist es natürlich logischer und einfacher, diese, ich sag's jetzt mal unter Anführungszeichen, Technologie weiterzuentwickeln, diesen Vorzug weiterzuentwickeln. So gab es dann eben auch die Projekte und Versuche mit Merino-Wolle, die sich ja dann doch ganz anders verhält als die klassische Schafwolle bei uns hier in Europa. Und die Merino-Scharfe, die geben etwas andere Wolle, die Fasern sind etwas anders aufgebaut, dadurch ist die Wolle deutlich weniger kratzig und Wollprodukte wurden so ein bisschen der Rang abgelaufen. Das alles führte letztlich dazu, dass vor allen Dingen heute Merino zur Anwendung kommt und weniger diese raue, pure Schafwolle. Oftmals wird auch noch normale Schafwolle verwendet, die wird dann chemisch so lange behandelt, bis sie eben auch halbwegs weich ist und nicht mehr ganz so kratzig. Da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, das geht natürlich dann ein bisschen am Sinn des natürlichen Ursprungs eines Produkts vorbei, womit es dann natürlich sich ad absurdum führt. Beim Alpaka ist das eben eine andere Geschichte. Das Ganze findet im Prinzip, so wie bei uns mit dem Schaf, eben in Südamerika mit dem Alpaka statt, auch schon vor teilweise ein paar hundert Jahren. Und man hat auch relativ schnell verstanden, dass sich Alpaka-Wolle dort unten in Südamerika für verschiedene Anwendungszwecke gut oder weniger gut nutzen lässt und dass es Unterschiede gibt. Alpaka-Wolle ist nicht immer gleich Alpaka-Wolle. Es gibt ja bei den Alpakas mehrere oder zwei große Typen, die vor allen Dingen für die Wollproduktion dann letztlich relevant sind. Einmal das Huacaya und einmal das Suri-Alpaka. Diese Wollstruktur von diesen beiden Typen ist ein bisschen unterschiedlich. Das Huacaya-Alpaka, das ist normalerweise dieses Alpaka, das man von Bildern kennt. Das sind diese kräuseligen, wuscheligen Haare, diese alle ein bisschen, wo man eigentlich immer so ein bisschen das Bedürfnis hat, einmal mit dem Kamm durchzugehen. Das Suri-Alpaka hat so ganz, ganz lange Haare. Manchmal sieht man auch Bilder von denen, aber das sieht immer so ein bisschen aus wie so manche. Es gibt so eine Hunderasse, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Die haben einfach so extrem lange Haare. Das ist wie wenn man über einen nackten Hund einfach so einen Teppich drüber legt, so einen langen Haarteppich drüber legt. So sieht das dann so ein bisschen aus und das sieht meiner Meinung nach nicht so gut aus. Das verstrubbelte Huacaya-Alpaka sieht meiner Meinung nach ein bisschen netter, ein bisschen lieber aus, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also das Huacaya und das Suri-Alpaka, die beiden werden für die Wollproduktion letztlich am ehesten bevorzugt. Und letztlich unterscheidet sich die Alpaka-Wolle dann doch ein wenig von der Schafwolle, denn Alpakas und Schafe wachsen oder vor allen Dingen evolutionär betrachtet wuchsen doch ganz unterschiedlich auf. Die Alpakas in Südamerika waren vor allen Dingen die Hochebene gewohnt, also eine Gegend, in der es im Sommer nicht allzu heiß ist und im Winter dafür sehr kalt und vor allen Dingen sehr stürmisch werden kann. Sehr kalte Winde, das ist eine Eigenschaft der Anden und die Anden bringen damit aber auch ein Anforderungsprofil an Tiere, aber natürlich auch an Menschen mit, um dort überhaupt überleben zu können. Und die Alpakas sind eben sehr, ja ich sag jetzt mal Tiere, die sehr hart umnehmen sind, was das betrifft, denn sie sind es eben über die Jahrtausende gewöhnt. Letztlich ist die Alpaka-Wolle optisch gesehen sehr ähnlich der normalen Schafwolle, aber wenn man sich das Ganze im Detail anschaut, dann stimmt das nicht ganz. Die Alpaka-Wolle hat Fasern, einzelne Fasern, die eben Hohlfasern sind. Also sind sie im Prinzip, ja man kann sich das vorstellen wie ein Strohhalm, wenn man das jetzt mal bildlich sich anders darstellen lassen möchte. Es ist sozusagen der Strohhalm, der es schafft durch die Wolle, die sich ja außerhalb dieses Strohhalms im Prinzip befindet, die Wärme relativ gut zu speichern und sozusagen immer wieder gegenseitig zu halten. Also auch innerhalb einer Faser kann Wärme gehalten werden. Auch zwischen einzelnen Fasern wird dadurch dann Wärme gespeichert. Und diese zwei Eigenschaften führen dazu, dass man relativ wenig Wolle braucht, um eine gewisse Wärmeleistung zu erhalten. Das ist bei der Schafwolle eben ein bisschen anders. Das hat dann natürlich auch immer den Vorteil für die Alpakas, dass sie selbst im tiefsten Winter bei minus 15, minus 20 Grad nicht 500 Kilogramm Wolle anhäufen mussten, um irgendwie zu überleben. Das ist natürlich ein evolutionär sehr praktischer Punkt. Das führt letztlich dazu, dass wir auch als Menschen, die das Wollprodukt letztlich nutzen möchten, einen sehr, sehr guten Nutzen durch wenig Gewicht ist gleich trotzdem eine entsprechende Wärmeleistung haben. Dieser Nutzen, den können wir jetzt natürlich für uns insofern nutzen, als dass wir leichte Produkte herstellen können, die trotzdem ein gewisses Anforderungsprofil erfüllen. Und deshalb sollte man jetzt aber auch die Frage stellen, warum nutzen wir das jetzt nicht schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren? Also, da gibt es natürlich einen großen Punkt, das nennt sich Import. In Peru, wo die meisten Alpakas, also wirklich mit Abstand, die meisten Alpakas auf der Welt zu Hause sind, da ist es natürlich so, dass ein Import nach Europa sehr kostspielig wäre, sehr aufwendig wäre und, und das muss man natürlich an dieser Stelle auch unterstreichen, nicht sehr umweltfreundlich, wenn man da mit dem Schiff sozusagen das alles über den Atlantik schippert. Das macht wenig Sinn, wenn wir ja hier unsere Schafe haben. Das alles wäre aber in erster Linie sehr, sehr teuer und das ist eigentlich der größte Faktor, wenn es um die Frage geht, warum nutzen wir eigentlich nicht schon seit Jahrzehnten Alpakawolle, wenn sie denn so viel effizienter ist. Außerdem muss man sich natürlich den Faktor Tradition auch anschauen. Wir haben eine Wolltradition, dass wir Wolle verwenden, die erst vor wenigen Jahrzehnten durch Polyester abgelöst wurde oder durch Nylon abgelöst wurde, durch Kunststoffe. Das heißt, das ist noch ein relativ junger Trend, aber gleichzeitig wurde das Wollprodukt relativ schnell verdrängt vom Markt. Also wenn man sich das anschaut, heute besteht fast alles aus Polyester, zumindest wenn man jetzt in der Fashion-Industrie schaut und in der Funktionsbekleidung kommt er erst in den letzten Jahren wieder die Wolle und zwar auch nur als Subtyp Merino-Wolle. Da ist ja die klassische Schafwolle eigentlich auch fast nur noch irrelevant. Also wir reden jetzt natürlich nur von Textilien und Bekleidung. Man darf andere Faktoren, es gibt auch natürlich andere Industrien, die für klassische Schafwolle auch noch immer einen deutlich größeren Markt bieten. Jetzt muss man aber bei der Alpaka-Wolle sagen, die wäre zwar etwas besser, aber ist letztlich den Aufwand nicht wert gewesen über die Jahrzehnte. Nun muss man sich aber fragen, wie viel besser wäre denn Alpaka-Wolle als normale Schafwolle? Wir haben uns jetzt die Vorzüge von Alpaka-Wolle angesehen, aber wir haben jetzt immer noch nicht so ganz überlegt, was wäre denn eigentlich die Alternative, wenn wir weder Alpaka noch Schaf hätten? Dann müssten wir uns nur auf Kunststoffe verlassen, was langfristig nicht funktionieren wird. Es könnte nämlich sein, dass wir in 150 Jahren gar keine Optionen mehr haben für Kunststoffe, die zumindest auf Ölbasis, auf Rohölbasis funktionieren. Das könnte nämlich durchaus der Fall sein. Wahrscheinlich ist es nicht, oder vielleicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht, wie viele Quellen noch gefunden werden und man kann auch hier nur schätzen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass das ein endlicher Rohstoff ist. Das ist nicht anzuzweifeln. Und endliche Rohstoffe zu nutzen für eine Massenproduktion, das wird halt langfristig nicht gut gehen. Und ja, natürlich wissen wir auch, dass der Auto- und Flugverkehr und Schiffverkehr und so weiter natürlich einen viel, viel größeren Anteil an dem Verbrauch eines endlichen Rohstoffes wie Öl inne hat. Aber man muss halt auch sagen, dass wir uns trotzdem in gewisser Weise etwas unabhängiger davon machen sollten. Zu Liebe der Umwelt, zu Liebe der Natur und auch uns zu Liebe, denn wenn es mal so weit ist, dann sollten wir auf jeden Fall schon mit ein paar alternativen Ideen um die Ecke gekommen sein. Sonst wird es halt eng, sonst wird es halt schwierig. Der größte Kritikpunkt an Naturprodukten. Man muss jetzt auf der einen Seite sagen, Tradition ist nicht immer gut. Es war eine Zeit lang Tradition, dass man Kinder schlägt. Also das heißt nichts, aber Traditionen sind auch da, um immer wieder hinterfragt zu werden. Aber die Frage ist natürlich auch, wie ist jetzt mit den Alternativen aus? Und das haben wir uns jetzt gerade angesehen. Jetzt muss man sich aber trotzdem fragen, wie ist das eigentlich mit Naturprodukten? Der größte Kritikpunkt an Naturprodukten oder an tierischen Produkten ist natürlich, wie werden diese Tiere eigentlich gehalten? Wir reden ja hier von einem Massenrohstoff und um einen Massenrohstoff zu erhalten, müssen wir auch bei einem Tierprodukt Massentierhaltung betreiben. Denn wir sind einfach viel zu viele Menschen für das Angebot der Tiere. Denn Tiere gibt es mehr oder weniger. Bei den Merino-Schafen beispielsweise, da gab es früher nur recht wenige. Das klassische Schaf war deutlich häufiger oder all die anderen Subtypen an Schafen. Es gibt ja viele. Die waren deutlich, deutlich häufiger zu finden, aber eben nicht so beliebt. Sodass das Merino-Schaf jetzt eben massig vermehrt wurde. Und zwar bis zu einem Punkt, der absolut ungesund ist. Und das Interessante ist, dass sich das auch bei der Alpaka, ich nenne es jetzt mal blöd, Industrie abzeichnen hätte können, aber bis heute nur in Teilbereichen passiert ist. Also das Problem an Alpacas ist, es gibt sie sehr wenig. Das hatten sie auch früher, vor ein paar Jahren noch mit den Merino-Schafen. Das Ganze hat man unter Anführungszeichen gelöst, indem man die Merino-Schafe wirklich vermehrt hat, wie die Kanickel, gerade so auf Tasmanien, wo es einfach abartig ist, wie das mit den Tierfabriken aussieht. Es ist wirklich abartig. Es ist absolut, es ist, also ja, es ist wirklich abartig. Aber hier müssen wir ja auch realistisch sein. Die, der Faktor, der hier schuld ist, ist ja nicht das Schaf, ist ja auch nicht das Merino-Schaf und auch nicht das Alpaka, sondern schlichtweg der Mensch. Der Mensch ist dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es diesen Tieren gut geht. Und wenn wir als Konsumenten darauf kacken, ob das Tier jetzt gut gelebt hat oder nicht oder gut lebt oder nicht, dann ist das der Industrie natürlich recht, denn Massentierhaltung ist ja viel billiger, man braucht viel weniger Boden, man braucht viel weniger Utensilien, damit es den Tieren gut geht und damit kann man den Preis drücken und gleichzeitig aber für einen hohen Preis verkaufen. Und hier muss man jetzt da hart, aber es ist eben so, auch davon sprechen, dass das bei Alpakas definitiv möglich ist. Denn bei Alpakas können wir es eben genau wie bei den Schafen machen. Wir karren die einfach mit in Kleinstransportern irgendwo hin, halten die dann in minimalsten Gehegen, wo die einfach sich überhaupt nicht bewegen können und einfach nur sozusagen gefüttert werden, damit sie weiter leben und weiter Wolle geben und das alles passiert auch in der Praxis. Auch PETA hat hier eine Organisation, mit der ich nicht immer einverstanden bin, aber oftmals machen die sehr, sehr wichtige Arbeit und oftmals decken die sehr, sehr wichtige Missstände auf. PETA hat hier auch schon mal einen Artikel dazu geschrieben, dass es eben bei der Alpakahaltung sehr oft zu Missständen kommt, auch in Europa bei so kleinen Betrieben und kleinen Höfen, die vielleicht so Alpakawanderungen anbieten und so weiter. Denn auch die müssen natürlich mit ihren Kosten jonglieren. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, egal, also das ist nicht zu verhandeln. Also nur weil etwas sehr teuer ist, dann darf ich es halt nicht machen, wenn es sich nicht rentiert, wenn dann letztlich die Tiere darunter leiden, damit es sich rentiert. Das ist einfach unverhandelbar und das darf niemals der Standard werden. Und ich bin froh, dass es in vielen Bereichen der tierischen Industrie mittlerweile die Standards höher werden. Zumindest in Österreich, in Deutschland weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Aber in vielen Bereichen die Auflagen höher werden und die Standards höher werden, auch wenn man natürlich sagen muss, wir sind natürlich immer noch ganz, ganz unten, was die notwendigen Standards betrifft, wenn es um eine artgerechte Tierhaltung geht. Und natürlich kann man darüber diskutieren, und ich weiß, das diskutiere ich auch hin und wieder auch mit Veganern, sagen, dass generell alle, jede Form von Tierhaltung und dem Gebrauch von Tierprodukten, dass das unethisch ist und dass das alles ganz, ganz schlimm ist. Ich persönlich, und das ist halt nur meine Meinung, ich möchte da jetzt keinen Krieg an dieser Stelle ausbrechen lassen, das ist einfach nur meine Meinung, ich sehe das differenzierter. Ich glaube nicht, dass jede Form der tierischen Nutzung oder der Haltung von Tieren als Nutztieren unethisch und schrecklich und grausam ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, und ich glaube das deshalb, weil ich das ja selber in der Praxis schon öfter gesehen habe, dass zum Beispiel Schafe auf einem riesigen, also auf einem unfassbar gigantischen Grundstück gehalten werden in einer kleinen Familie mit, weiß ich nicht, zehn Schafen oder sowas. Und ich sehe da einfach nicht, dass es diesen Schafen schlecht geht. Die verlagern dann manchmal auch ihren Standort, die haben halt quasi einen großen Hang und dann sind sie halt manchmal auf diesem Teil des Hangs, dann sind sie wieder auf dem anderen Teil des Hangs. Es gibt durchaus, meiner Meinung nach, auch wenn ich hier jetzt kein Veterinärmediziner bin, es gibt meiner Meinung nach auch Methoden Tiere zu halten und deren Vorzüge zu nutzen, wie zum Beispiel die Wolle, die durchaus vertretbar sind für mich persönlich. Und ich bin da schon sehr, sehr heikel. Ich bin da schon sehr, sehr empfindlich, was das betrifft. Ich bin schon der Meinung, dass selbst wenn eine Kuh auch nur einen Teil der Zeit, den sie lebt, in einem Käfig verbringen muss, dass das meiner Meinung nach schon echt beschissen ist. Also ich finde, eine Kuh sollte auch 24-7 das Recht haben, einfach aus dem Stall rauszugehen und einfach zu tun, was die Kuh eben tun will. Die Frage ist, und ich weiß, es ist halt eine Diskussion, die können wir ewig fortführen und die wird dann meistens auch sehr schnell sehr emotional. und deswegen will ich das jetzt gar nicht zu lange hier sozusagen auf die Bühne stellen. Aber natürlich darf man nicht verschweigen, dass Tierquälerei in jeder tierischen Industrie ein Riesenproblem ist und dass eine gute und faire Haltung von Tieren erstens mal nicht, oder beziehungsweise manchmal eben die Ausnahme ist, je nach Industrie, erstens und zweitens, dass man aber gleichzeitig etwas differenzierter betrachten muss, wann, oder beziehungsweise, dass es auch etwas schwieriger ist, zu beurteilen, wann eigentlich die Haltung von einem Tier wirklich zu 100% dem Tier gegenüber würdig ist. Ist das eigentlich eine tierwürdige Haltung, wenn ein Alpaka oder ein Schaf oder eine Kuh einen Hektar Grund kriegt oder einen halben Hektar, ab wann ist es perfekt einwandfrei und vertretbar? Und es gibt eben Menschen, die sagen, es ist nie einwandfrei vertretbar und gut. Gut, deswegen, man sieht, es ist da auch eine sehr diverse Debatte dahinter, aber ich glaube, und das ist jetzt quasi der Schlussstrich zum Thema Tierschutz und Tierhaltung und Bedingungen, ich glaube, dass wenn ein Tier so gehalten wird, dass Menschen, die sich damit mehr auskennen als ich, sagen, dass es diesem Tier vermutlich gut geht und dass es diesem Tier so auch gehen würde, wenn wir jetzt quasi keinen Zaun drum gebaut hätten, damit wir das Tier scheren können beispielsweise, dass das Tier genau so leben würde, das ist meiner Meinung nach, dann ist es für mich in Ordnung. Und wenn man einen Anbieter findet oder eine Zucht oder eine Farm findet, die in diesem Stil ihre Tiere hält, egal welche Tiere, wir können das jetzt ganz allgemein auf alle Tiere, auf alle Nutztiere der Welt übertragen, dann finde ich, ist es auch okay, diese Tiere so zu nutzen, wie sie eben als Nutztiere gedacht sind. Sie sind natürlich nicht von Haus aus als Nutztiere gedacht, aber wir haben sie als Menschen zu denen gemacht, ob das kann uns jetzt gefallen oder nicht, aber wir nutzen eben die Produkte und das ist auch evolutionär betrachtet nicht so dumm. Wir haben das vor hunderten Jahren schon gemacht und wir tun es heute noch und natürlich sind Traditionsgedanken, wie schon vorher erwähnt, manchmal auch ziemlich dumm, aber in diesem Fall muss ich sagen, uns bleiben relativ wenig Alternativen. Natürlich ist Alpaka oder Schafzucht eine tierische, ich sag's jetzt mal ganz bescheuert, Ausbeutung. Es ist die Ausbeutung von Tieren, es ist der Nutzen von einem Tier, aber naja, ich finde, es ist immer noch für mich persönlich, wenn die Tiere wahnsinnig gut gehalten werden, eine bessere Alternative als die Nutzung von Rohöl. Und das nutzen wir ja auch, wir beuten halt hier einen anderen Teil der Natur aus. Also man darf natürlich das eine kritisieren, aber man kann das Ganze nicht undifferenziert so stehen lassen, ohne die Alternativen zu kritisieren. Und ich finde, die Alternative ist für mich etwas kritikwürdiger. Und damit kommen wir auch zu der Frage, hat denn eigentlich Alpaka-Wolle, jetzt mal ganz konkret wieder Alpaka-Wolle, einen Vorteil gegenüber Polyester? Und da kann ich ganz deutlich sagen, ja, hat sie. Und der große Vorteil ist erstmal die Wärmespeicherung. Natürlich kann die Wärme viel besser gespeichert werden, als von einem gleich schweren Polyesterstoff. Also gleiche Masse. Man muss natürlich Masse mit Masse vergleichen. Wir können natürlich nicht eine Tonne Polyester mit einem Kilo Alpaka-Wolle vergleichen. Das ist ja Quatsch. Aber wenn wir Masse, die gleiche Masse miteinander vergleichen, dann ist Alpaka in der Wärmespeicherung besser. Alpaka ist übrigens auch besser darin, Wärme wieder abzugeben, wenn es zu viel wird. Also überschüssige Wärme wieder nach außen abzugeben. Das vermindert natürlich das Risiko, unter Anführungszeichen, anzufangen zu schwitzen. Also es verzögert den Zeitpunkt, wenn Schweig sich sozusagen im Material anzaugt. Und selbst wenn das mal passiert, auch hier wieder ein Vorteil, Alpaka-Wolle stinkt nicht. Stinkt nie. Es ist unfassbar. Das ist eine wahnsinnig tolle Eigenschaft, die zum Beispiel auch Merino oder Bambus gut können. Aber der coole Unterschied meiner Meinung nach bei Alpaka ist, erstens mal, bei Merino weiß man, wenn man da sehr stark schwitzt und nach einer Zeit, wenn das auch nass wird, dann riecht Merino nach scharf. Das mag man jetzt nicht unbedingt unangenehm finden. Ich persönlich finde es nicht unangenehm. Aber das ist halt auch wieder ein Eigengeruch. Bei Alpaka ist das sehr, sehr viel dezenter. Man riecht hier auch wieder Wolle. Man riecht hier auch, es riecht sehr nach Scharf tatsächlich. Es hat, es nimmt sich da nicht viel vom Geruch selber her. Aber es ist sehr viel dezenter und es setzt sehr viel später ein. Man kann die Alpaka-Produkte wirklich, ich würde jetzt mal tippen, 20, 25, 30 Mal verwenden, bis man überhaupt irgendetwas warnt. Der große Unterschied zu der Merino-Wolle ist natürlich, dass sie auch deutlich fester ist, dass die Fasern deutlich stabiler sind, dass sie länger sind, für sich allein genommen länger sind. Dadurch entstehen zum Beispiel auch deutlich schlechter solche Löcher, die man von Merino immer wieder mal kennt. Das sind alles Vorzüge gegenüber Polyester und gegenüber Merino. Auch Alpaka hat den einen oder anderen Nachteil. Grundsätzlich ist es so, wenn man einen Stoff haben möchte, der extrem, extrem dünn ist, dann wird er aus Alpaka trotzdem immer noch relativ warm sein. Das bedeutet, ich meine, es ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein Riesen-Nachteil ist, aber auch das dünnste Alpaka-T-Shirt ist wärmer als eben das dünnste Polyester-T-Shirt. Das führt eben dazu, dass man Alpaka-T-Shirts vielleicht im Sommer als etwas wärmer betrachtet, aber in Wirklichkeit durch dieses extrem gute Abgeben der Wärme kommt es eigentlich auf keinen Unterschied raus. Das ist der eine Nachteil aber. Das ist ein minimaler Nachteil. Der viel größere Nachteil für mich oder für alle, für uns alle und das ist zum heutigen Zeitpunkt ein wichtiger und großer Nachteil, ist die Tatsache, dass Alpaka-Wolle lächerlich, also wirklich lächerlich teuer ist. Warum? Erstens, es gibt viel zu wenige Alpakas, weil Alpakas im Großteil der unter Anführungszeichen Industrie sehr gut gehalten werden, gerade in Peru. In Peru gibt es auch schwarze Schafe oder schwarze Alpakas, aber es gibt sie natürlich, aber große Flächen werden dafür genutzt, dass relativ moderate Massen an Alpakas gehalten werden. Also so, dass eben das Verhältnis Tier zu Weidefläche immer super stimmt. Das ist eine Voraussetzung, die in Peru meistens sehr gut erfüllt wird. Das führt aber natürlich dazu, dass wir, weil wir eben nur so viel Platz haben, wie wir haben, letztlich weniger Tiere haben, der Bestand also geringer ist und damit der Kuchen innerhalb der Textilindustrie sehr stark aufgeteilt werden muss, was dann eben schwierig wird. Außerdem ist das Ganze bedingt durch eine gewisse Materialknappheit nicht nur aufgrund der Anzahl der Tiere, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass manche Rassen eben nur einmal oder auch nur alle zwei Jahre geschoren werden können. Und das führt natürlich dazu, dass wir relativ wenig Wolle innerhalb von einem Jahr von einem Tier kriegen. Nämlich entweder gar keine oder eben einmal das ganze Fell. Und jetzt kommen wir noch und die ganze Wolle, Fell stimmt ja nicht. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, der ist jetzt nochmal, nochmal viel, viel schwieriger, denn wir haben beim Alpaka, bei den Fasern, unterschiedliche Faserstärken. Und diese Faserstärken haben auch wieder unterschiedliche Eigenschaften. Die wichtigste Faser für, also die wichtigste Qualität eigentlich, sagt man, man nennt das so, Qualität der Faser. Die wichtigste Faserqualität bei Alpakas ist die Baby-Alpaka-Faser. Baby deshalb, weil sie so extrem fein ist. Also unfassbar fein. Wir haben hier ein paar Unterscheidungen. Also es gibt sehr dicke und struppige Fasern. Das sind dann die Huarizo- beziehungsweise Alpaka-Fasern. Die sind dann zwischen 30 und 28 bis 30 Mikrometer. Dann gibt es auch die Fein und Superfein. Die sind dann zwischen 25 und 28 beziehungsweise 22 und 25 Mikrometer. Und dann gibt es eben die Baby-Alpaka-Faser. Die Baby-Alpaka-Faser zwischen 20 und 22 Mikrometer Stärke wird eben für die für die für die klassische Kleidungsproduktion verwendet. Die klassische Alpaka-Faser, von der letztlich bei einem Alpaka am meisten rauskommt, also die Alpaka-Faser 28 bis 30 Mikrometer beziehungsweise über 30 Mikrometer, die Huarizo. Diese zwei Fasern sind am häufigsten sozusagen am Alpaka vertreten, was letztlich dazu führt, dass davon am meisten da ist, aber diese Wolle ist leider auch recht ruppig und struppig. Das bedeutet, hier haben wir wieder die gleichen qualitativen Merkmale wie bei der Schafwolle, nach dem Motto, da könnten wir es gleich bei der Schafwolle belassen. Deshalb will man eben die Alpaka-Baby-Alpaka-Wolle und die ist nur an sehr wenigen Stellen am Alpaka zu bekommen. In jungen Jahren, und davon rede ich jetzt nicht von Babys, ich rede von ausgewachsenen Jungtieren. Da ist die Baby-Alpaka-Wolle noch deutlich häufiger vertreten, an deutlich mehr Stellen und deutlich dichter, sodass man hier auch mehr davon gewinnen kann. Je älter ein Alpaka wird, umso weniger Stellen und umso weniger dicht wird das Baby-Alpaka-Material, wenn man das jetzt so nennen möchte. Also die Wolle, die so fein ist, also unter 22 Mikrometer dünn ist. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in einer noch dünneren und noch feineren Variante. Das ist dann das Royal-Alpaka oder auch Royal-Baby-Alpaka genannt. Das ist im Prinzip die dünnste und feinste Qualitätsstufe der Faser. Und diese 19 Mikrometer sind so unfassbar selten und so unfassbar schwer zu bekommen, dass sie tatsächlich wirklich wie Gold gehandelt wird. Also Royal-Baby-Alpaka-Produkte sind so teuer, so unfassbar teuer, dass viele Produkte nicht mal zu 100% aus Royal-Baby-Alpaka gemacht werden können, weil würde man das machen, würden einfache Schals über 1000, 1500 Euro kosten. Da reden wir dann nicht mehr von Luxus, da reden wir dann von kompletten Sockenschuss. Insofern, selbst hier gibt es dann oftmals so Mischfasern. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir natürlich in der Outdoor-Industrie auch einen sehr starken Preiskampf haben. Wir können aber die Alpaka und die Fein und die Huarizzo nicht so fein machen oder nicht so kuschelig machen, dass wir dann letztlich ein Konkurrenzprodukt zu Merino haben. Ergo, wir sind auf die Baby-Alpaka-Wolle angewiesen. Heißt gleichzeitig, wir müssen schauen, dass wir die hohen Preise nicht unbedingt drücken, weil dann kommen wir gleich wieder in sehr, sehr unschöne Tiefen wie Tierquälerei, Tierfabriken und so weiter. Sondern wir müssen schauen, dass wir ein gewisses Bewusstsein bei Konsumenten auch stattfinden lassen, dass ein teures Produkt gerechtfertigt so viel kostet, erstens. Und zweitens, dass ein teures Produkt wie dieses, wir reden jetzt hier nicht von Luxusprodukten, wir reden jetzt hier nicht von Uhren, die in China für 30 Euro gefertigt werden und hier für 30.000 Euro verkauft werden. Wir reden jetzt hier von einem Tierprodukt, das, obgleich es sehr teuer ist, aber eben auch den qualitativen Anspruch hat, einen 10, 15 Jahre zu begleiten. Das Ganze sieht man in der Fashion-Industrie, dass es da teilweise schon funktioniert, dass es Leute gibt, die Alpaka als Luxus tragen oder eben auch als Markenzeichen für sich selber tragen und das sehr gut funktioniert. Wir wollen aber, also wir im Sinne von nicht als ich, sondern wir als Outdoor-Branche, wollen ja keinen Luxus, wir wollen ja eine gute Alternative. Der Grund, warum jetzt Alpaka noch keine vernünftige Alternative in der Industrie ist, ist meiner Meinung nach, und das ist nur eine Idee von mir, warum das so ist, relativ leicht zu erklären. Der erste Punkt ist der Preis. Man muss natürlich diese Dinge dann auch verkaufen können. Das sind teure Produkte, letztlich, weil es eben, das haben wir jetzt schon geklärt, also es gibt viele Gründe, warum es teuer ist und es ist immer zu Recht teuer. Es ist, ja, Punkt. Und diese teuren Preise muss man den Kunden auch irgendwie gut verkaufen können. Da wäre jetzt viel Marketing und vor allen Dingen auch viel Risiko notwendig, dass man das um die Ecke kriegt. Das wäre natürlich blöd. Auf der anderen Seite, Punkt zwei, die Marge leidet natürlich massiv darunter. Und darüber haben wir auch schon mal in uralten Episoden gesprochen. Diese Industrie basiert auf 300%, 400% Margen für ein Produkt. Das könnte man nicht mal mit Tierfabriken irgendwie, das könnte man nicht mal mit Tierfabriken für Alpakas durchbringen. Nicht, dass ich das möchte, aber selbst wenn du einen Alpaka bis zum Tode quälst, es wäre unmöglich, 300% Marge draufzuschlagen und dann immer noch einen Deppen unter Anführungszeichen zu finden, der das kauft. Also das wäre unmöglich. Das heißt, deshalb ist es für die Industrie, für die Outdoor-Industrie aktuell einfach uninteressant, weil man kann nicht so viel Marge drauflegen, nicht mal, wenn man die klassische Tierquälerei der Industrie betreibt. Und ich sage deshalb klassisch, weil das ist üblich, also auch Hochpreismarken selbstverständlich setzen auf Massentierhaltung und Tierfabriken. Selbst wenn man diesen Kurs wählt, diesen absolut dreckigen Kurs, selbst dann kommt man nicht auf einen Preis, den Kunden bereit sind zu zahlen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn man die Margen kürzen würde, muss man sehr viel Geld, aber auch sehr viel Zeit und sehr viel Liebe gegenüber dem Kunden. Ihr dürft nie vergessen, die Firmen interessieren sich nicht für euch als Kunden, überhaupt nicht. Die Firmen interessieren sich für den Absatz. Es braucht aber jetzt ein Interesse gegenüber dem Kunden, um klarzumachen, wir sprechen hier von einem Tierprodukt, das sehr selten ist, sehr schwer zu bekommen ist, aber es hat unzählige Vorteile. Und natürlich kann man mir jetzt unterstellen, hey, du wirbst jetzt hier gerade für deine eigenen Sachen, aber ich möchte ja hier jetzt auch nochmal klarstellen, ich verdiene daran fast nichts. diese Alpaka-Produkte sind so lächerlich teuer, dass ich sie ebenfalls, also wenn ich diese ganzen Probleme der Industrie jetzt mal auf mich übertrage, ich natürlich logischerweise auch genau die gleichen Probleme habe, noch viel mehr, denn ich achte ja darauf, dass ich einen Zulieferer habe, der seine Alpakas bestmöglich behandelt und der auch lokal produziert und der auch faire Löhne bezahlt, denn natürlich steckt hinter der Textilindustrie nicht nur, gerade bei der tierischen, nicht nur ein Tier, sondern eben auch das Tier Mensch, der das Ganze dann verarbeiten muss. Und das sind eben zwei Punkte, die in der großen Industrie vollkommen missachtet werden und das tolerieren wir als Konsumenten leider irgendwie auch immer noch, was mir zwar Kopfschmerzen bereitet, aber ja, so ist es nun mal eben jetzt. Und wir müssen jetzt eben schauen, dass wir das ändern. Wir müssen das Ruder rumreißen. Ich sage das nicht, weil ich meine Produkte verkaufen will, ich sage das, weil ich glaube, dass wir das müssen. Wir müssen als Gesellschaft aufhören, Dinge zu kaufen, nur weil sie günstig sind und uns nicht dafür zu interessieren, wo sie eigentlich letztlich herkommen und wer sie letztlich verarbeitet hat und welche Rohstoffe darin stecken. Wir sollten uns durchaus dafür interessieren, welche Rohstoffe darin stecken und wie es den Menschen, die mit diesen Rohstoffen arbeiten mussten, letztlich ging dabei und wie viel sie bezahlt bekommen haben und ob sie davon leben können und ob es ihnen gut geht und ob sie was zu essen bekommen, während sie arbeiten. Das alles muss uns anfangen zu interessieren, denn wir sind nicht mehr im Jahr 1980, wo Polyester das erste Mal irgendwo in der Textilindustrie eingesetzt wurde und zum Massenprodukt wurde und uns einfach alles scheißegal war, denn wir waren glücklich darüber, dass die Kleidung nun billig war. Aber wir leben nicht mehr in diesen Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen sich 90% der Menschen diese Dinge auch leisten könnten, dass sie sagen, ich investiere eben nur in eine Mütze und nicht in 15 und diese eine Mütze begleitet mich lang. Diese eine Mütze ist auf 2000 Meter im Winter perfekt und auf 4000 Meter im Sommer perfekt und sie hat ein weites Einsatzspektrum und dann funktioniert das Ding und hält noch lange und wenn ich es richtig pflege, dann habe ich auch in 10 Jahren noch eine Freude damit, denn das haben die Menschen vor 1980 mit Wollprodukten bereits Jahrzehnte und Jahrhunderte lang so gemacht. Also funktioniert es auch mit Alternativen, die etwas besser funktionieren. Und der Punkt ist, mein Punkt, sagen wir es so, mein Punkt ist, wir müssten nicht mit Alpakas arbeiten. Wir müssten das nicht tun. Wir könnten das alles auch mit Schafen tun. Aber mit Schafen arbeitet auf der Welt niemand mehr in einem, meiner Meinung nach, respektablen Umgang mit dem Tier selbst. Ich muss an dieser Stelle nochmal kurz einen Einschub machen. Jetzt im Edit fällt mir etwas auf. Natürlich gibt es noch Hersteller, die in einem respektablen Weg mit den Tieren umgehen und die Tiere gut behandeln und gleichzeitig auch ein Endprodukt entwickeln aus der Wolle. Aber ich habe mich jetzt hier an dieser Stelle wirklich nur auf die Großindustrie, die großen, extremen XXL-Zulieferer für die größten Marken im Bergsport, aber generell in der Outdoor-Industrie bezogen. Ich beziehe mich jetzt hier nicht auf Lokalproduzenten, die mit ihren eigenen kleinen Schaffarmen vielleicht irgendwie so Wollpullover oder sowas machen. Das meinte ich hier explizit nicht und ich meine hier wirklich nur die extremen Großzulieferer der Konzerne und Großindustrie. So, dieser Einschub endet jetzt hier. In Australien, auf den großen Tierfarmen, auf den großen Schaffarmen, das sind Tierfabriken. Und ja, es gibt namenhafte Hersteller, die mir ständig erzählen wollen, dass sie ja nur mit handgefütterten Schafen... Ja, leck mich, ganz ehrlich. Das ist ein Witz. Jedenfalls, das Problem ist, wir haben in China große, große Schaffarmen. Wir haben in Australien große Schaffarmen, Tasmanien große Schaffarmen, Neuseeland kleinere, jedenfalls kleinere. Pakistan, Indien, überall haben wir Schaffarmen, die nicht ansatzweise irgendeiner Kontrolle sich selbst unterziehen, aber auch nicht irgendeiner Kontrolle seitens der Konsumenten und schon gar nicht der Industrie unterzogen werden. Es passiert einfach nicht. Wir können es uns erzählen, aber es wird nicht passieren. Bei Alpaka haben wir als westliche Länder, als die Länder, die jetzt hier importieren, sind wir jetzt noch so klein, also dieser Markt ist noch so minimal und klein, dass wir hier jetzt auch noch einen sehr einfachen Überblick haben könnten. Ich glaube, dass eben die Alpaka-Wolle aufgrund der guten Eigenschaften eine sinnvolle Alternative im Bergsport sein kann oder auch in der Outdoor-Industrie generell. Ich rede jetzt nicht nur vom Bergsport. Das ist sicher auch gut für, wie heißen die Leute, Bushcrafter oder so. Das ist sicher auch gut für Leute, die andere Sachen draußen machen. Da können Alpaka-Produkte definitiv eine gute Alternative zu Schaf sein. Aber wir haben mit dem Schaf in den letzten, ja, ich sage jetzt mal 30, 40 Jahren so um uns geschlagen, dass wir keinerlei Durchblick mehr über Qualität, über Herkunft und über Arbeitsbedingungen haben. Und wir haben uns auch am Markt so daran gewöhnt, dass es einfach scheißegal ist. Wollprodukte sind in jedem Geschäft erhältlich und es interessiert uns nicht, woher das kommt. Aber bei Alpaka haben wir heute die Chance zu sagen, okay, wir starten damit, wir fangen damit an, aber wir machen es diesmal besser als mit Wollprodukten. Wir wollen wissen, woher die Dinge kommen. Wir möchten eine Adresse haben und im Zweifelsfall können wir dorthin reisen und den Alpakas beim Grasen zusehen. Dass diese Kontrolle, die wir bei den Schafen bewusst vor 40 Jahren aus der Hand gelegt haben, weil wir das Polyester entdeckt haben und jetzt die Schafe wieder als Alternative, die quasi sehr gut als Naturprodukt vermarktet werden kann, wieder entdeckt haben. Diesen Status, wir können nicht mehr dazu zurückkehren, dass wir bei Wolle alles wieder transparent machen. Denn plötzlich würde die Wolle und das Wollprodukt, das Endprodukt 300% im Preis steigen. Die Menschen wären dann nicht mehr einverstanden. Die Menschen würden es nicht nachvollziehen können, denn vorher hat es ja 200% weniger gekostet etc. Der Markt wäre sofort tot. Wir können das nicht mehr machen. Dieses Schaf ist totgeritten im Prinzip. Aber bei Alpakas, wo wir heute an einem Anfang stehen, dass wir dieses Ding nicht nur für, also dieses Ding im Sinne von die Wolle, nicht nur für Mode nutzen und selbst da ist es ja nur in sehr geringem Maße bis jetzt, aber auch als Funktionsbekleidung nutzen. Da sind wir heute, da haben wir jetzt die Chance, wir alle zusammen haben jetzt die Chance zu sagen, wir wollen das alles kontrolliert haben. Wir wollen Regulierungen und wir wollen Bedingungen, die wir selbst nachvollziehen können und nur dann kaufen wir das auch ein. Und das ist eine Möglichkeit. Das kann man machen. Und Alpaka wird vielleicht in den nächsten Jahren sehr viel billiger werden und ihr solltet euch dann ganz, ganz dringend fragen, warum ist das eigentlich so? Warum hat Wolle eigentlich 1960 so viel mehr gekostet als heute? Das kann doch nicht wahr sein. Alles wurde in den letzten 40 Jahren teurer, aber das Produkt der Rohstoffwolle wurde immer billiger. Wie kann das eigentlich sein? Wieso fragt sich das eigentlich niemand? Und jetzt bei Alpaka haben wir einen Ausgangswert. Wir haben einen Ausgangswert, der ist absurd teuer. Baby-Alpaka-Wolle in Kronen oder im Kilogramm, wenn man es jetzt so sagen möchte, ist Gold. Aber wir wissen, was es kostet. Wir können, wir sitzen jetzt gerade hier, wir können nachvollziehen, was der Preis für ein Produkt ist. Ihr könnt bei mir im Shop nachschauen. 49,90 Euro kostet diese Wendemütze. Und wenn diese Wendemütze in 30 an 45,90 Euro kostet, dann wisst ihr zu 100%, dass die Qualität der Tierhaltung massiv nach unten gegangen sein muss. Es kann nicht anders gewesen sein. Und deshalb haben wir heute einen guten Ausgangspunkt. Und wir haben auch heute die Bildung und die Transparenz und das Wissen, dass wir wissen, wenn etwas immer billiger wird, obwohl alles teurer wird, dann ist irgendwo ein Fehler drin. Entweder bei den Menschen, die mit diesen Rohstoffen arbeiten müssen, um sie letztlich zu einem Endprodukt zu verarbeiten, oder bei der Tierhaltung. Und bei den Merino-Schafen und bei Wollprodukten, bei Schafwollprodukten, war es immer in den letzten Jahren beides. Die Ware wurde nach China gebracht, wo sie in Konzentrationslagern verarbeitet wurde. Ich meine, wir müssen uns das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Menschen, die gezwungen werden, Zwangsarbeiter, stellen Produkte für die westliche Welt her. Da müssen wir ja gar nicht nur über Wolle reden, da sprechen wir über ganz viele Dinge. Das muss man sich halt einfach mal, das muss man sich halt einfach mal kurz hinsetzen und genießen, dass viele Dinge, die wir nutzen, unter Zwang hergestellt wurden. Und ich möchte all das eben nicht. Ich möchte all das letztlich nicht. Und bei der Wolle haben wir die Kontrolle aus der Hand gegeben und es war eine Riesenscheiße. Es war eine Katastrophe. Und ich finde, wenn man das rückgängig machen könnte, sollten wir das sofort tun. Aber es geht wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber beim Alpaka sind wir heute auf Stand Null. Wir haben vieles jetzt in der Hand. Wir können jetzt vieles beeinflussen. Und ich werde dieses Jahr hoffentlich, dieses Jahr hoffentlich, ich kann es nicht versprechen, aber hoffentlich eine Reise zu meiner Farm, zu der Farm in Peru antreten. Und werde euch natürlich mitnehmen und werde die Kamera natürlich mitnehmen. Und dann gehen wir alle Alpakas, die es dort gibt, streicheln, wenn sie sich denn streicheln lassen. Die sind normalerweise nicht so die Fans vom Streicheln. Aber zumindest werden wir ihnen dabei zusehen, wie sie ihr Leben leben. Und ich bin mir sicher, dass sie ein glückliches Leben haben. Und dass auch die Menschen, die dahinter arbeiten, ein glückliches Leben haben. Denn andere Abnehmer von diesem Lieferanten haben mir auch schon versichert, dass sie tatsächlich schon dort waren. Und die haben mir das so im Vier-Augen-Prinzip. Deswegen, ich möchte da jetzt auch keine konkrete Firma nennen, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die das wollen und so weiter. Aber auch die haben mir schon versichert, sie waren tatsächlich schon vor Ort. Und den Menschen, die dort arbeiten, geht es gut. Und denen macht ihr Job Spaß. Und die können von ihrem Job leben. Und die Tiere, die einfach nicht zu sehen sind, weil die Grundstücke so groß sind, dass selbst riesige Herden einfach weg sind, weil die halt einfach gerade irgendwo anders auf der anderen Seite vom Berg unterwegs sind. Das sind für mich Indizien, dass das gut ist. Und das muss so bleiben. Das darf nicht der höchstmögliche Standard sein. Das muss der minimalste Anspruch an uns sein, an uns selber, denn wir bestimmen auch die Tierbedingungen natürlich, die Haltebedingungen für die Tiere. Das muss der minimale Anspruch sein, wenn wir von Tierprodukten sprechen. Dem Rohöl ist es natürlich egal, ob wir es nutzen oder nicht. Das Rohöl, dem ist das scheißegal. Und die Arbeiter tatsächlich, weil das ein extrem gefährlicher Job ist, was die da machen, auf diesen Bohrinseln, die werden auch extrem gut bezahlt und so weiter. Aber wir reden hier von Tierprodukten, weil es eine gute Alternative gegenüber Produkten ist, die sehr endlich sind. Und gerade da müssen wir noch viel mehr darauf schauen, dass wir einfach gut mit uns einander umgehen, dass wir gut mit den Menschen umgehen. Ich frage mich ja bis heute, wie es einem Menschen egal sein kann, also wirklich egal, dass das Produkt, das er nutzt, von einem Menschen aus der Sklaverei stammt. Ich kann das persönlich nicht nachvollziehen. Ja, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Ich bin sehr irritiert auch von der Spezies Mensch, wenn es einem egal ist. Ich besitze auch Dinge, die wahrscheinlich unter menschenunwürdigen Bedingungen gefertigt wurden. Die habe ich mir auch gekauft in Zeiten, wo ich mir darüber einfach gar keine Gedanken gemacht habe. Und heute schaue ich mir diese Produkte an. Ich weiß jetzt nicht, was davon betroffen ist, aber heute schaue ich mir diese Produkte an und ärgere mich selber darüber, dass es keine Alternative gibt, dass es keine Computerteile gibt, die unter guten Lohnbedingungen gefertigt wurden. Finde ich, finde ich, ärgert mich total. Und das macht mich fertig, aber es ist mir definitiv nicht egal. Und wir haben jetzt die Chance, auch bei einem neuen, gerade bei einem neuen Rohstoff, den wir nutzen können, bei einem Rohstoff, der eigentlich ja nicht neu ist. Er wird ja schon seit Hunderten von Jahren, wird er genutzt, um zu überleben in Peru. Aber der für uns jetzt hier im Westen relativ neu ist und gut genutzt werden kann, da haben wir jetzt die Chance, es einfach besser zu machen. Und wir müssen es besser machen. Wir haben die Verantwortung gegenüber den Menschen, die egal wo arbeiten. Und wir haben die Verantwortung gegenüber den Tieren, die wir nutzen. Wir müssen den Tieren dankbar sein, dass wir sie nutzen können und nicht die Tiere uns, dass wir sie nicht umbringen. Das ist, wir müssen vielleicht auch den Fokus wieder dahin verschieben, dass wir nicht die Tiere ausnutzen können, sondern wir dankbar sein müssen, dass wir einen Nutzen in diesen Tieren finden können. Also, es ist alles sehr schwierig. Und es ist alles sehr emotional. Das weiß ich auch. Und ihr merkt es ja auch an mir. Es ist ein emotionales Thema. Aber ich weiß einfach, auch durch meine Recherchen, wie viel wir in der Schafindustrie jetzt in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht haben. Und ich weiß, dass die Industrie so langsam ein Auge auf Alternativen wirft. Und ich befürchte, dass die Alpakas drunter leiden werden. Und wenn die Alpakas unter der großen Industrie leiden werden, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Nämlich gar nichts. Wenn euch die heutige Episode des Alpcasts gefallen hat, dann freut es mich natürlich, wenn ihr den Alpcast und die Episode mit euren Freunden und Bekannten teilt. Es ging heute weniger um den Bergsport per se. Es ging mehr um die Textilindustrie. Es ging mehr um die Möglichkeit, Alpaka in Zukunft anderweitig zu verwenden, sodass sie uns nutzt und gleichzeitig aber auch, also uns Bergsportlern einen Nutzen darstellt und gleichzeitig aber auch aus einer verantwortungsvollen Quelle kommt. Nicht immer muss es direkt um Bergsport gehen. Vielleicht ist es manchmal auch wichtig, über Themen zu reden, die mehr oder weniger mit dem Bergsport auch zusammenhängen. Eben zum Beispiel unsere Bekleidung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.